herzlich willkommen zum premium talk entscheidend ist auf dem platz aber verbal geht es hier in die vollen regelmäßig mit der schalker aufstiegslegende dedischacht und wechselnden gästen viel spaß premium talk die achte folge diesmal wieder in einem anderen ambiente wir haben ja immer so schöne locations meistens sind wir ja bei der premium gmbh in bocholt vor ort in der tollen event küche das ist eigentlich meine lieblings location aber heute hat es uns auch nicht schlecht getroffen man sieht im hintergrund den kölner dom wir sind hier im hyatt neben mir wie immer die die schafft der für eine mega expertise sorgt der eigentlich auch die moderation übernehmen könnte heute mal bei der expertise bleibt moderation überliegt mir und unser gast ist ein ganz besonderer da freue ich mich sehr und das ist auch der grund warum wir hier in köln sind denn er dreht momentan in köln grill den henssler ist der jury mitglied ist aber natürlich vor allem aus dem fußball bekannt als langjähriger manager von bayern 04 leverkusen erfolgs manager wie auch immer so gerne sage denn unter ihm gab es ja die drei vizetitel 2002 zum beispiel mit champions league mit dfb pokal mit meisterschaft hat christoph daum installiert damals also hat schon viel erlebt in der fußballer welt und ist dem fußball heute auch treu verbunden nach wie vor und ist in diesem jahr in ganz besonderer rolle unterwegs als em botschafter denn die em im eigenen land ist ja noch das highlight das uns alle erwartet im sommer jetzt gucken wir aber erst mal auf die bundesliga hallo und herzlich willkommen reiner keilmund ja hallo die die und bleiblieb mit grätsche hier und wir haben den ganz massiven holztisch ein bisschen weiter auseinander weil ich da respekt haben wir sagen wir streamen ja auf verschiedenen formaten bei youtube sieht man was sache ist für alle die gerade über apple oder über spotify uns dazu hören und das bild nicht haben zwischen reiner keilmund mir und die die schacht ist ein dicker holztisch der ist sehr schön und sorgt dafür dass hier alles im rahmen bleibt keine grätsche des ex-schalkers in richtung bayern 04 dafür haben wir gesorgt so wir starten direkt mal ein und würde ich würde sagen wir beginnen natürlich bei deinem herzensklub bei deinem ex klub bayern 04 leverkusen bis da selber auch noch oft im stadion wenn du es nicht bist verfolgte die spiele regelmäßig und siehst natürlich wie momentan da alles blüht in den buntesten farben in der meisterschaft zehn punkte vorne neun spieltage vor schluss in der europa league mit dabei haben jetzt die chance durch den sieg am donnerstag ins viertelfinale einzuziehen und im dfb pokal sind es auch nur noch 90 minuten im idealfall gegen düsseldorf bis zum pokalfinale deine worte zu deiner werkself ja ich bin absolut happy ich bin ganz glücklich und hat hängt natürlich auch mit vielen vizemeisterschaften zusammen mit der kitarre einer angerufen wer ist das mit dem balkon ich sag lass mich mit dem scheiß balkon wir waren 1988 und balkon als man uefa kaps hier geworden da wussten wir das am morgen ja nicht da habe ich das auch nicht für mühschig erhalten wir waren 0 zu 3 nach dem hinspiel zurück war ja hin und rück gespielt und hat man dann auch uefa kaps hier gewonnen das wort dann auch überraschend mit elf mäßig in das wort zum teil glücklich wir hatten die sagen wir mal die großen protagonisten wenn man sagt vollbahn im tor überragend gehalten nachher beim elfmeterschießen ja nun ist die jugend aus einem netbeherter aus der jugend aus der berliner jugend praktisch für eine amateur ablösesumme verpflichtet der goldene torschütze war tite der hat im winter der erste brasilianer der hier ein bisschen zurecht gekommen habe ich den im winter geholt unser trainer rebeck oh gar nicht da ist der mach wesentlich nicht ob das hier klappt ich hab dem natürlich ein bisschen beschrieben haben wir würden dich unbedingt haben sonst wäre er gar nicht da hingekommen er war eigentlich zum probetraining hier und ich habe ihm klar gemacht wir wollen dich unbedingt verpflichten guck mal ob du dich hier wohl fühlst und er fühlte sich schnell wohl und rebeck endete zum glück seiner meinung sagt klick mir mal und dann ist es für 500.000 waren damals noch andere summen dollar rübergekommen der schießt zum beispiel im viertelfinale in barcelona du darfst nicht vergessen früher der hueva cup da war nur ein spanier entweder real madrid oder barcelona in der champions league der andere muss dem hueva cup spiel da haben wir bei uns 0-0 gespielt da 1-0 gewonnen mit schuster mit subizaretti mit gery liniecker durch schützer 500.000 dollar spieler also weiter im endspiel pump und schaar war ja mit im streit mit frankfurt bauherr modelle man in der russi fischen helfen dem mit gesetze und so weiter so der mal für eine millione das war der dorsohn der dritte durchsicht so und im spiel war falco götz der ist mit der ddr abgehauen da habe ich dann irgendwo abgefischt und dann kam der zum nulltarif du musst sagen alle drei die überragenden die die torigmasse haben ja zusammen für dich 1,5 millionen gekostet war natürlich dann ein überraschender auch ein überraschender aber auch sehr schöner glücklicher sieg ja mensch hätte ich dann am tag vorher sagt wohl ist der balkon hätte mich nicht interessiert auch nicht beim dfb pokart ich habe gesagt wenn der balkon da ist ist er da wenn wir bauen so eine stelle um können sie sich druckstelle feierabend die wollen mich natürlich so ein bisschen manchmal empfangen hat der kalli denkt schon an die stelle nee scheißegal kann sie 24 stunden vorher machen oder in dem moment wenn du offiziell bist kannst du dich mit der organisation beschäftigt wenn das bei mir früher einer gemacht hat dann hätte ich geköpft also damit bin ich sehr sehr abergläubig bis heute ja ja zu recht ich meine wir haben ja gesehen wie das bei brusia dortmund im letzten jahr lief also dann mit einer niederlage gegen mainz dann knapp an der schale vorbei rutschten und da war eben schon alles vorbereitet in der stadt für eine große meisterfeier die gab es dann eben nicht für alle die sich sagen ja wo war doch mal das spiel hier dieses 0 3 und dann das biegen im rückspiel das war 1988 der sieg des ueva cups die erste trophäe für bayern leverkusen damals der beginn praktisch der glorreichen zeit zog sich dann fort dann gab es 93 den dfb pokal dann gab es ende der 90er die installation von christoph daum und dann nahm das alles fahrt auf in leverkusen alles unter reiner keilmund jetzt gucken wir auf die ist situation wobei ne eine sache da muss ich noch mal nachfragen weil das zitat blieb mir im kopf du hast gerade den brasilianer den titel angesprochen das ist ja noch mal sämtliche brasilianer nachgeholt im laufe der jahre mit serobert und mit lucio und so weiter und du hast gesagt glaube ich gesagt in sachen integration und einfühlen hier ins rheinische leben da musstest du zum teil die spielerfrauen in den supermarkt begleiten dass sie kein schappi kaufen für ihre jungs ne ja wir waren ja ich war damals jetzt wir waren zufällig über weihnachten naja ich mit obdach die vogsen wir waren zusammen in brasilien haben dann da auch er hat der große firmen in südamerika eine große nummer und wir hatten natürlich auch ein bisschen den sportlichen kontakt also da lebte einer aus essen heinz brellwitz der war bei adidas promotion hat dann erstklassige fotos gemacht für große illustrierten tolle fotograf kannte ähnlich ganz rio oder sa paulung der hat uns dann betreut und so sitzen auch zum beispiel im titel im stadion ich wusste gar nicht wer das war da spielten die also praktischen abschiedsspiel für den torwart so haben wir den da gesehen und heinz brellwitz war unser betreuer und für mich war immer klar wenn die kommen sprachprobleme auch sich wohlzuführende das ist für den brasilianer sehr wichtig dass er und seine familie sich wohlfühlt und der heinz brellwitz kam dann mit jedem spieler schon dann freigestellt oder freistellen lassen oder mit chefs und dann war damit hier in deutschland das war eigentlich der papa oder der opa der familie ich will mal so dinge sagen der sorge dafür dass die nicht im supermarkt schappi und es gibt zum beispiel so dinge wenn emerson damals absolute weltklasse als mittelfahrtsspieler wenn dem seine frau entbunden hat ging papa oder opa heinz mit in den kreißsaal also es war eine nicht erklärte zusammenarbeit oder kooperation es war eine mit herz mit emotionen und heinz brellwitz hatte einen großen verdienst an all den brasilianern die sich bei uns schneller integriert hätte was bei uns keiner leisten konnte natürlich hatten wir viele bei einmal die große niederlassungen haben die doch die sprache konnten du musst einer kommen kennen der hat ahnung vom fußball von der mentalität kenne noch ein bisschen die straßen mentalität und da hatten wir den optimalen mann ich sag immer mir wird das alles gut geschrieben für brasilien aber einer der da ganz ganz wichtig war der heißt heinz wird ist leider verstorben sitzt jetzt im himmel und er war eigentlich pr-mann für adidas in brasilien und gleichzeitig auch einer der besten erfolgreichsten fotografen ja der blick hinter die kulissen die die das bleibt heute natürlich nicht aus wenn wir da jemand sitzen haben der genau weiß wie die sachen damals liefen dann muss man da immer auch mal den schwenk machen in die vergangenheit wie hast du denn damals wo wir jetzt gerade beim uefa cup sieg waren den verfolgt 88 gegen espanol barcelona weißt du das noch hast du noch irgendwelche erinnerungen ich glaube claus deuber war auch dabei ist das richtig ist das auch im himmel schaut uns auch zu mittlerweile ja ich kann mich sogar noch daran erinnern ich war ja ein jahr in bergelschlag auch als spieler zwischendurch und da wart ihr damals mit der mannschaft bei uns und da hat dieser titel mit gespielt aber an mir ist er gar nicht vorbeigekommen ich verstehe ich jetzt gar nicht dass er so groß aufgetrunken spielt den glatzkopf nicht aus und wick sie auf die knochen auf dein alter spielstuhl ist ein freundschaftsspiel lass es langsam an ich glaube du hast auch einmal reingerufen die die gehen nicht so zur sache wir brauchen den doch nein aber das ist natürlich das was er gerade gesagt hat ist ja richtig und leverkusen war ja einer der ersten vereine die die brasilianer rüber geholt haben und die sich vor allen dingen was er gerade sagte heinz prelwitz so intensiv um die spieler gekümmert haben es gab ja danach auch vereine die die spieler rüber geholt haben aber diese spieler sind nicht klar gekommen die waren teilweise alle waren enttäuscht hat in brasilien so klasse gespielt und jetzt ist er bei uns kommt nicht in eine pötte spielt nicht gut macht das alles passt nicht auch das ganze drumherum hat nicht gepasst aber nur weil sich keiner so intensiv um die spieler gekümmert hat weil sie nicht im alltag begleitet worden sind und sie waren dann unglücklich waren unzufrieden dann hat der trainer sie irgendwann auch nicht mal aufgestellt und dann sind diese spieler meistens auch zurückgegangen und da sieht man wie wichtig das damals schon war das ist ja absolut top wer das gemacht hat ja das ist egal wo du hinkommst mit deiner familie mit nur dann hast du eine gute familie in dem job auch ein ding im freundeskreis der die tat ja damals zu mir sagt der haben wir verhältnismäßig günstig für 500.000 der kannte keine sagen er hat noch ja keine konkurrenz in deutschland der spielte dann und traf er plötzlich ganz also tödlich also und dann hat er am schluss gesagt weil er dann plötzlich wurde ein nationalspieler und da kam er mit vielen brasilianern zusammen die natürlich in spanien in italien schon fuß gefasst dann hat dieser kali du kleines dickes bandetto wen sei mir halt also mit konnten da noch nicht länger halten mussten in das abgebnis dann noch nach italien wir hatten viele spiele denn der danach kam war jorginio jorginius weltmeister war kapitän bayern münchen der war auch co trainer der nationalmannschaft mit dunga zusammen also der hat damals sieben acht hunderttausend dollern gekostet aber da wurde ein zwei jahre hier dann in der bayern münchen für sechs millionen das ist immer noch was man heute für summen hört war das wenig aber die bayern haben sich dann auch um ihn gut gekümmert und dann war da dann auch noch da kam der sergio überragend c roberto das ist eine ganz interessante geschichte wie c roberto zu uns kam das hat jub heintges mit eingestellt aber wir haben dann eben auch der lucio weltklasse der emerson wie gesagt weltklasse also ich will dir den sergio wir müssen die nicht alle aufrufen aber da war schon auch die weltmeister geworden sind nicht nur weltklasse ja aber das ist aber auch ihr habt diese spiele aber auch bekommen weil ihr diesen guten ruf hattet und weil sie in brasilien rumgesprochen hat guck mal da wenn du nach leverkusen gehst da wird sich um dich gekümmert alles passt da du musst da was du da sagst sieht man das war auch so wir hatten einen fortalte ich ursprünglich gar nicht erkannt haben in bayern die natürlich viele produkte medizin machen auch pflanzenschutz weil diese länder auch brasilien ja von pflanzen von agrarwirtschaft besteht und bayern natürlich ein ganz ganz großer partner ist da gibt es ein sprichwort in südamerika insbesondere in brasilien bayern ist born alles was von bayern kommt ist gut das hat uns zumindest sag ich mal vorsichtig gesagt nicht geschadet c roberto war ein ausnahmespieler das ist ein ganz hoch interessantes thema c roberto war zu dieser zeit bei real madrid das ist real madrid hatte den verpflichten ich kann natürlich sing berater aber zu der zeit gab es bei uns in europa noch klare spielrägen nur eu ausländer waren frei die anderen hörten einem dem ausländer kontingen werden damals gegen real madrid im viertelfinale champions league gespielt und wenn du sagst da hat das hat madrid gewonnen die sind dann noch champions league gewonnen durch ein tor von miatovic und die hatten ansonsten festgesetzt redondo das war ein dreh- und halbpunkt im mittelfeld aus argentinien und der linke verteidiger war roberto carlos und vorne miatovic damals galt die reglung in europa was die ausländer angeht da waren die eu ausländer frei aber nicht die anderen jetzt kannst du vorstellen miatovic war kein eu ausländer roberto carlos net redondo net und damit und dann saß der draußen weißt du noch für 98 von kroatien torschützenkönig war da war schuka und der war zu der zeit reservespieler als die gegen uns gespielt hat also miatovic hat im endspiel für real madrid hat 1 zu 0 siegtor gegen turin geschossen und 14 tage später wurde bei der beginnenden weltmeisterschaft der kroatien wurden dritter wurde der torschützenkönig der gesamten weltmeisterschaft der aber für real madrid nicht spielen durfte weil die nur maximal drei nicht die ausländer jub heineckes mich angerufen mensch guckt doch karl ist ein supermann vom herzen vom spielen das geht mir in der seele weh wenn ich denn da draußen sitzen sehe die jan den er verpflichtet und das war eigentlich unsere teuerste verpflichtung bei bayern gab es damals schon hoch und nach der jahrtausendwende die regelung wo das ein großer weltkonzern ist kein spieler darf zehn millionen oder zweistellig bei uns und das war dann der erste der natürlich an dem grenzbereich wir haben dann für acht millionen gekriegt also das war dann auch mit unserer vom verein die botschaft sondern von den konzernen und der turminette zu der zeit ja das ist ja so genial die idee da könnte man eigentlich eine eigene podcast folge machen wie reiner keim und damals die einzelnen spieler nach leverkusen transferiert hat das alles dazu kam zum beispiel auch damals bei der ost west geschichte wurde dann den den turm geholt hast den helft mir schnell den sammer wolltest du noch den hast du dann nicht bekommen weil helmut kohl sich eingeschaltet hat alle drei ja genau und ulf kürsten genau die drei hat er uns offizielle verträge unterschrieben auch der matthias sammer also ich muss sagen ich habe meine mutter ist im osten geboren in thüringen bin als kleiner junge auf nach thüringen am bauernhof ich fand das alles ganz gut in wacht an der grenze wenn die damit die wäre durch wo für mich sechs sieben jährige war bombisch sehr im kriminalfilm im fernsehen so und dann waren wir im bauernhof da wurde fußball gespielt da gab es lecker essen zu trinken nicht mehr uns hätte nichts gefehlt im urlaub in thüringen also somit hatte ich immer eine gewisse beziehungen oder auch über berlin dann mauerfall all diese ganzen geschichten und als dann die mauer fiel hat mich schon angerufen kann die mauer ist gefallen es war ja unruhe aber keines davon aussehen tat plötzlich donnerstag die mauer fährt ich war dann freitags schon in berlin aber nicht mehr in fußball ich wollte das ganze einatmen diese menschen war ja schwarze straßen schwarze menschen ich habe vor 20 eingeladen abends zum essen jüngere ältere im hotel wollte man wissen wie die jetzt denken was die für vorstellungen haben also das hat mich gar nicht mit fußball im moment interessiert also die ersten 48 stunden nach dem mauerfall so montags haben wir dann da zusammengesetzt alles vor natürlich jetzt nach wie in wenig abs das entscheidende wm relegationsspiel zwischen österreich und ddr wo jetzt natürlich auch der ganze westen in auch unsere scouts norbert ziegler die der zog ich dachte ich muss man etwas anders entfallen lassen habe so einen klinik verrückten bei uns waren die chemie laborante es war für den karnath sag ich komm mal her wir machen etwas anderes dort montags ich hatte natürlich auch ein bisschen beziehungen zum österreichischen fußballverband sag ich muss da unbedingt einen fotograf haben der muss wichtige fotos machen das war der karnath hat zu hause die kinder fotografiert wie wir auch der wollte eigentlich ja ich bin lieber als arzt aber ich bin so bekloppt ich kann ich nicht als arzt du bist fotograf von einer agentur zack und so das ist nur eine aufgabe die adresse von und erst um zu besorgen in dem innenraum des stadions besten arm spiel und wenn das vorbei ist gehst du und wo die nachher wohnen das ist ein durcheinander entweder sind die gescheitert oder sind weiter durch das ganze thema also bahnath hatte die adresse ich bin donnerstag morgen ich war nämlich in köln der wärmer hätte udo jürgens beinahe ja nicht ziehen können wir fahren über brenner wir lernen mich 0 1 zurück mit hässler und rudy völl uns 2 1 sich erst eingefahren also fahre ich da direkt donnerstag oder fliege nach berlin jetzt hat sie da so eine straße da musste sie die straße haben die hausnummer die etagen nummer und die wohnungsnummer das waren die schützte auch eben stasi mäßig und ich merkte schon als in die wohnung kam dass die panisch waren also die frau weniger wie der andere selber mir war auch klar dass die tapete ohren hatten bei dem in der wohnung ich hab dann zu wand auch mitgesprochen ich war so was mich will nur wissen ob du interessiert bist wenn du interessiert bist schieben wir alles offiziell an keine tricks rein der bau so jett ängstliche typ war ja nicht das größte talent schnell beidfüßig aber da stand sich manchmal ein bisschen selber im weg weil er doch manchmal so wunderbarer charakter aber nicht ängstlicher typ war und also wenn du sagst du bist interessiert bin ich morgen in der starkhofer straße da war nicht der ddr fußballverband da wurde die gehörte von eva die deutsche thorn- und sportgemeinschaft aber die standen über dem verband da habe ich wegen sekretärin vor ernst da schreiben sie meinen briefen dass mir an dem interessiert werden und an gespräche ganz offiziell keine trickserei bereits donnerstags ging der brief ab die hatte mich noch angerufen ja keine die hand wir hatten auch seit zwei jahren näher so anderthalb jahre damals fax die hatten auch gar nichts also mussten wir noch mal das alte fernschreibergerät um das auch dem spieler zu dokumentieren der familie zu dokumentieren wir haben das so gemacht und es gab dann paar tage später dann noch das erste gespräch und ein monat später ist dann andreas dom als erster offizieller spieler transferiert worden war damals eine transfersumme von fast zwei millionen da schmunzelten heute drüber damals schweißperlen gehabt und dann ging es noch für die nächsten zwei jahre konnte die auf drei millionen kommen gebündelt als spieler also werden das ding dann noch vor weihnachten macht einen monate nach dem mauerfall und jetzt passiert aber jetzt ich hatte natürlich auch die unterschriften von kirsten und von matthias sommer schon die waren ja dann auch an dem kommenden sonntag in berlin haben wir schön hier essen gequatscht alles das war noch nicht unser spitzenjahr glatt damals sagen wir mal brutto bei 450 500 das war dann ein drittel fesse hat ein drittel aktivitätsprämie und dann noch siegprämie aber für die war dann natürlich auch schon wahnsinnig geil aber trotzdem waren die italiener dann habe ich glaubt die wollten einfach in die bundesliga ja nachdem wir im hausfernsehen geguckt das war denen jetzt mehr und jetzt war bei Helmut Kohl in dresden kurz vor weihnachten am ufer bellevue hotel und da haben die dresden gesagt ja die wollen zählen nach der gersten und der zusammenholen und dann hätte Kohl meine chefs also nicht im sport sondern in der bayern ag einrufen kann jetzt sind wir das größte wirtschaftskonzern in deutschland nach dem mauerfall die drei besten spieler verpflichtet und da krieg ich einen anruf von meinem bayern ag ich hoffe nicht von meinem sportchef kalilas die hände davon nicht belassen das ich hab dann im sommer noch ein bisschen begleitet bei seiner unterschrift bei stuttgart und der gersten ging so hin und her und irgendwann hat mir eine von bayern gesagt wenn wir den gersten noch kriegen können warum denn noch gar nicht sag ich mal so ich spreche in die scheiße springe jetzt da rein aber wenn es spritzt ruft mich nicht neuen an oder das geht aber negativen zahlen also haben wir den gersten ja torschützerkönig des jahrzehnts in der bundesliga jetzt eck ist aber ein ganz liebenswerter mit so einem großen herz wenn er natürlich um spielplatz so war ja so jetzt vom spielstil kommt er auch so ein kleiner didi werden sieg oder blut am schuh kennen sie ja aber es war nicht nur am schule das glück dass wir den dann noch verpflichtet haben das war dann aber schon ein paar monate später eine ganz andere summe kann man ja auch noch drüber schmunzeln aber damals war das dreieinhalb und die wollten die auch bar abholen die kamen das bar abholen im kofferraum das war damals noch so kalli ich glaube alle podcast zuseher und zuhörer die haben das jetzt auch sehr genossen zu diesem blick mal hinter die kulissen wie war das früher heute läuft das ja so ein bisschen anders heute läuft das dann schon fast stromlinienförmig und ich finde diese zeit muss man sich einfach nehmen auch da einfach mal in die geschichtskiste so ein bisschen zu klettern und da einfach mal zu gucken das war großartig vielen dank erstmal dafür und jetzt gehen wir ratzfatz in die gegenwart und da muss ich dich jetzt festnageln vielleicht kriegen wir das ja hin eine konkrete antwort wie viele titel holt bayern 4 in dieser saison zwei titel wäre mein großer wunsch das ist realistisch sie tanzen zwar noch auf allen drei hochzeiten das heißt meisterschaft jetzt zehn punkte ich fieber mit ich bin dann erleichtert wenn wir die zehn punkte halten können denn in bayern brauche ich alles zu und mit meiner erfahrung wir waren schon so oft und so gut wie sicher meistern die bayern haben uns dann auch in die super rein gespielt oder auch einmal dort und dann wirst du da ein bisschen allergisch gegen deswegen bin ich natürlich mit diesem punkte vorstellung mit der art und weise wie die mannschaft spielt mit der art und weise wie sie auch geführt wird von alonso mit seinem wichtigen team dahinter das für mich muss das jetzt nicht nur erzählen als er nach dem kölner spiel auch mit den ganzen zweiter besatzung go trainer masseur arzt digital trainer alle in die kurve die alle mit dran beteiligt sind eine super geschichte die zweite geschichte ist ich habe dennoch nie in den letzten wochen stöhnen und klagen gehört über ausfälle jetzt musst du gucken ich will jetzt nicht die die namen du kennst ja alle vier spiele beim afrika cup dann hast du hier den mittelsturm boniface hast du verletzt und hast palacio der immerhin jetzt mit argentina auch verletzt so fällen die sechs sieben leute hast du einen ton von dem gehört nix und das ist auch so eine frage dass dann die zweite garnitur gut nicht noch jeden tag lesen muss oh jetzt spiel der und der netz der hat da keinen ton drüber verlassen dass er jetzt die und die ersetzen muss das ist auch eine ausgewöhnliche kiste dann passen die auch der sieben rolf ist ja auch so wie sie das gleiche system die waren auch beide zusammen das wissen die wenigsten in london und haben dann chaka angesprochen chaka war ja in der letzten saison auch weil an der spitze mit arsena london als dreh- und angelpunkt knapp an der meisterschaft vorbei ist auch so natürlich wenn dann der checker bis sie die kohle stimmt oder gut dann an alonso der genauso denkt wie der der genau dieselbe position gespielt hat ich habe jetzt im schweizer fernher gesagt der wird über 1000 spieler hat jetzt 600 als aktiver der wird nachher das rekordnational spieler der schweizer wird nachher auch nationaltrainer meldet das spiel spielt das spiel denken und es ist ganz ganz wichtig aber die haltung auch den anderen spielern nicht immer klar zu machen du bist eigentlich bei mir nur reserve das wichtigste ist indem ich dann nicht die ausfälle ständig beklaren und die schon als entschuldigung versuche voranzuführen da das morgen oder übermorgen nicht so läuft das ist schon eine gute sache kurzen wort zu chaka gestern gegen wolfsburg 165 pässe gespielt davon kamen 161 pässe an also dreh- und angelpunkt also ich fasse mal ganz kurz zusammen zwei titel ist die große hoffnung von drei möglichen was ist deine prognose ich zum beispiel sag ja es werden alle drei ja jetzt erstmal noch mal kurz hier darauf dass er seine spieler dass er das nicht erwähnt das ist aber auch das sollte ein trainer auch gar nicht machen das ist ungewöhnlich das ist richtig aber du redest doch deine leute aus dem zweiten die dadurch schlecht einfach wenn du immer nur von denen sprichst die fehlen und so machst du einfach deine spieler stark die du im zweiten Dieters und dass die vor allen dingen guck mal da der trainer baut auf uns ganz klar und das und dafür wird er auch belohnt ist so hundertprozentig richtig aber es wird von den meisten trainer nicht gemacht ja anders praktiziert also ich habe hier nur nicht ein bisschen beide der meinung dass das gut ist aber der hat so ganz konsequent auch in schwierigen fällen bei sechs sieben ausfällen so aktiviert und damit was du sagst ist der spieler der nachrückte sich auch anders als wenn er schon zwanzig mal liest dass der trainer bedauert hat der spiel doch nicht sein großer konkurrent auf der position jetzt auch zwei titel für mich Leverkusen wird deutscher meister die ziehen das dieses Jahr durch da brauchst du auch wenn das stimmt lade ich dich zum essen ja da freu ich mich schon da freu ich da essen wir zusammen mit Mim Henssler den nehmen wir auch noch mit nein und dann werden sie noch Pokalsieger bin ich felsenfest von überzeugt Europa League mache ich mir ein bisschen Sorgen weil da ist Liverpool auch noch drin und wir haben letzte Woche darüber gesprochen die Liverpooler Spieler wollen auch ihrem Trainer ein tolles Abschiedsgeschenk machen und ich glaube wenn sie diese zwei Titel geholt haben ist das schon sensationell und auch die sonstigen Mannschaften ja sind schon noch gute Mannschaften dabei gute Mannschaften drin und du würdest ja dann wenn du immer weiter spielst so in den englischen Wochen bist du dann doch nachher ein bisschen überspielt das stimmt natürlich aber trotzdem also gegenüber dem Jahr 2002 zum Beispiel hat Leverkusen jetzt auch durch den Trainer natürlich noch mal eine andere Mentalität auch sinnbildlich dafür die Aussage nach dem Spiel gestern von Leverkusen gegen Wolfsburg da wurde Lukas Radetzky gefragt inwiefern denn der Bayern Sieg 8-1 gegen Mainz durch die Köpfe der Spieler gegen vor diesem Spiel gegen Wolfsburg und dann sagte er die Hälfte der Kabine weiß nicht was das Ergebnis Bayern gegen Mainz war so nach dem Motto das interessiert uns überhaupt nicht was die da machen und das ob das jetzt stimmt oder nicht ist ja völlig egal es geht einfach um diese mentale Haltung um dieses rotzfreche die Bayern sollen mal schön nach uns gucken und nicht andersrum wir machen uns vor denen nicht in die Hose und diese diese Abgezocktheit diese Coolness die hat natürlich auch ganz viel mit dem Trainer zu tun also Leverkusen bleibt natürlich weiterhin ein spannendes Thema wir gucken aber auch jetzt mal ganz kurz auf die Bayern denn vor sieben bis zehn Tagen ich weiß das Datum nicht mehr genau hieß es ganz klar offiziell Tuchel ab Sommer nicht mehr Trainer des FC Bayern seitdem gab es zum Beispiel ein überzeugendes 3-0 gegen Rom jetzt ist man im Viertelfinale der Champions League es gab das 8-1 gegen Mainz das heißt noch nicht dass alles wieder super ist aber hat diese vorzeitige offizielle Tuchel Entlassung etwas mit den Spielern des FC Bayern gemacht ist es so ein bisschen dieser Knoten der jetzt gelöst ist ja der hätte ja vorher schon richtig loslegen können also ich meine die Spiele die da noch dazwischen waren die zwei Spiele die du gerade ernannt hast das waren ja sehr sehr enttäuschende Leistungen von den Bayern auch nachdem klar war Tuche geht natürlich mir ist klar dass in der Bayern Mannschaft in diesem Potenzial der Mannschaft viel viel mehr steckt deswegen sage ich auch für mich sind die kein Außenseiter im Kampf um die Champions League das muss man einfach sehen wenn es gelingt auch dem Tuchel auch zusammen jetzt mit Max Ebel die da alle sind den die Spieler wieder in das Selbstvertrauen das ist auch für die großen Stars wichtig selbst zu trauen dass sie wieder Selbstvertrauen kriegen dass sie wieder eine Einheit werden dass sie wieder ihre Leistungen abrufen können das Potenzial haben sie haben wir können ja nicht so tun als wenn das Potenzial nicht da wäre sind die für mich auch nicht wegzudenken aus der Frage was die Champions League angeht und bei der deutschen Meisterschaft habe ich schon Pferde Kotzen gesehen das war für die Apotheke deswegen die Worte von Didi in Gottes Ohr ich hoffe du hast recht aber ich sage erst stell dir mal vor wir haben doch schon alles gewonnen und das letzte Spiel gegen Unterhaching müssen wir nun entschieden spielen und unsere besten Spiele im Mittelfeld der Emerson ist damals um die Jahrtausendwende für knapp 40 Millionen nach Romy wechselt der hatte den höchsten Wert mit der dann hat es der im Mittelfeld beim Emerson Ballack das war nicht nur ein guter Spieler auch der gefährliche Torschütze plötzlich im Spiel gegen Unterhaching sind die beiden total weg von der Rolle und der Ballack der bei uns so viele entscheidende Tore geschossen hat schießt Torenentscheidung das ist nämlich ein Eigentor sowas ist Fußball das ist bitter das musst du dann wegstecken ich glaube an dem Punkt ist Bayern 04 jetzt auch ein bisschen vorbei die meisten unterschätzen zum Beispiel den Fußballchef den Fernando Caro das ist eigentlich ein geborener Spanier gut aus Barcelona war bei Bertelsmann nicht bei RTL oder irgendwo der war im Konzernvorstand der ganz da drüber stand und wurde dann nicht nur für Millionen er ging auch schon an Milliarden wo der für zuständig ist und der Wenning der bei uns sehr lange Werner Wenning Vorstandsvorsitz der Bayer AG hat den irgendwie gehangert mit Empfehlung und dann zum Fußballchef gemacht und jetzt muss ich sagen dieser Fernando die Mutter von dem war Dolmetscherin vom FC Barcelona für den Hans Kranco damals die Mutter von dem Fernando war Dolmetscherin vom Udo Lertek als der in Barcelona war sodass die Familie unabhängig von der perfekten kaufmännischen unternehmerischen Ausbildung von Fernando wurden die auch alle Fußball bekloppt und damit haben die einen absoluten Kaufmann der auch ein absoluter Fußball bekloppt ist und da der Ruhe besonnener Rolf ist dabei dann werden die auch die zweite Ebene gut rein mit der in den Kurven laufen das sind, das klingt so ganz locker am Hand, aber das sind ganz wichtige Faktoren, warum man da gut läuft Ja, auf die Bayern angesprochen hast du gesagt, die sind auch noch Anwärter für die Champions League was glaubst du Didi, Meisterschaft und Pokal sind ja eh raus, ist ja jetzt vielleicht nicht mehr dann das Thema Meisterschaft mal ausgeklammert, das ist ja speziell, haben wir ja gerade gehört, da kann auch alles passieren Pokal sind ja raus, aber jetzt mal konkret auf die Champions League gefragt ist das ein Segen oder ist das ein Fluch offensichtlich ja nicht, ist das ein Segen, dass Tuchel ab Sommer nicht mehr da ist und das jetzt auch schon klar gezogen ist für die Spieler? Ich glaube erstmal die wichtigste Entscheidung war jetzt Ewald zu holen, weil Ewald ist die Pufferzone die Pufferzone vom Vorstand zum Trainer, von der Mannschaft zum Trainer, er sorgt da jetzt erstmal ein bisschen für Ruhe, er ist ja auch beschäftigt, er wird ständig gefragt, wer wird neuer Trainer, da hat er zum Beispiel einen ganz tollen Satz gesagt, er sucht einen Trainer, der zur Mannschaft passt das ist ja ganz wichtig, dass du auch auf deine Spieler eingehst und nicht nur einen installiert, weil er einen tollen Namen hat und weil er vielleicht mal den Titel geholt hat oder den Titel geholt hat für mich spielt Bayern in diesem Jahr, deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, freue mich auf unser Essen Kalli weil Bayern spielt einfach zu statisch, die spielen für mich zu statisch, die haben keine Variabilität im Spiel da geht nicht mal einer von rechts auf die linke Seite, nein die bleiben alle in ihrer Schiene spielen zwar den Ball schön hin und her, von Bahnsteig 7 auf Bahnsteig 4 so ähnlich machen sie, sie spielen immer hin und her und ich habe aber auch den großen Eindruck, dass es innerhalb des Teams nicht stimmt, weil jeder mit sich selber zu tun hat und jeder mit sich selbst unzufrieden ist, dann fangen sie Ärger mit dem an da, beste Beispiel Kimmich, aber auch Koretzka, egal wie sie heißen der Müller macht im Moment immer gute Miene zum bösen Spiel, den haben sie so ein bisschen als Strahlemann nach außen hin, denke ich mal Uli hat ihm gesagt, pass mal auf, du musst das Positive nach außen treiben und jetzt zum Thema Champions League, man wird sehen, die anderen Mannschaften, die in dieser Champions League noch sind, spielen auch nicht alle überragend ihre Spiele und sei es Real Madrid, die haben sich sehr schwer getan gegen Leipzig, obwohl Leipzig auch toll gespielt hat und da muss man sehen, da traue ich schon Bayern zu, dass sie schon nach vorne kommen also ich denke, Halbfinale ist auf jeden Fall machbar und dann wird man halt sehen, auf wen sie da treffen aber sie werden so fokussiert sein auf dieses Spiel, dass ich schon denke, dass sie eine Chance haben ganz oben dabei zu sein. Ja, aber Lili nochmal, weil du ja auch Trainer warst, inwiefern hat das psychologische Auswirkungen auf die Spieler, dass feststeht, der Trainer, der jetzt unser Trainer ist, ist es ab Sommer nicht mehr, ist es positiv, macht das was frei vielleicht auch, weil es hier und da ja schon auch geknirscht hat und jetzt so nach dem Motto, komm, die zwei, drei Monate, die ziehen wir jetzt noch gemeinsam durch, danach können wir endlich getrennte Wege gehen, ist das vielleicht so ein Brustlöser gewesen oder macht das keinen Effekt? Ja, für mich ist der Brustlöser eher der Eberl, für mich ist er eher der Eberl, der alles fernhält von der Truppe, der alles fernhält vom Trainer, ich glaube jetzt so Spieler, spielt der Kimmich jetzt auf einmal besser? Ich finde nicht. Nee, aber der ist jetzt gesetzt rechts in der Kette. Ja, der ist jetzt rechts gesetzt, weil 20.000 Leute gesagt haben, du musst ja noch endlich mal rechts spielen. Dann hat er es gemacht, um auch die Gemüter ein bisschen zu beruhigen. Und spielt denn Goretzka jetzt besser? Ne. Die Lebensversicherung von Bayern ist kein, ohne Wenn und Aber. Nach wie vor hat Bayern auch Defensivprobleme, brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Wenn sie auf schnelle Leute treffen, hat man gegen Leverkusen gesehen, wenn er losgelaufen ist, da haben die eine Lungenentzündung gehabt, das war ja nun mal so. Und wenn Neuer noch einen guten Tag hat, dann steht dem Bayern in der Champions League alle Möglichkeiten offen. Und ich glaube, die Spieler sind darauf fokussiert. Die Offiziellen werden ganz klar gesagt haben, so passt auf, Meisterschaft, werden wir versuchen Leverkusen noch ein bisschen zu ärgern. Ich glaube, innerlich haben sie es auch abgeschrieben, jetzt fokussiert euch und konzentriert euch nur noch auf die Champions League. Und wenn ihr diesen Titel holt, sind wir auch alle total zufrieden. Ja gut, das ist ja auch logisch, wenn du jetzt sagst, Meisterschaft ist weit weg, das können wir nicht mehr selber in der Hand. Das kann nun passieren, wenn Leverkusen noch eine Krise kriegt. Und wir haben das nicht selber mit entscheidend beeinflusst. Wir können zwar alle Spiele hinwenden, aber die entscheidende beeinflusst. Und ich war im Bukat sind wir auch in Saarbrücken rausgeflogen. Und ich habe das Spiel gesehen. Ich glaube, da waren es auch alle, wenn es so Spiele verloren hat, aber ich merkte so ein bisschen, das war so jetzt wie Vorspiel, ein Freundschaftsspiel. Und eigentlich, die hatten natürlich viel, viel mehr Feldanteile. Das war natürlich auch seltenheitswert, dass dann plötzlich Saarbrücken und auch in der letzten Minute dann patscht das Ding da rein. Das passte wieder in so einem Spiel. Manchmal so ein Konto, der konnte die hundertmal probieren. Da läuft er nicht zu. Und dann klappert jeden Bayern München, jede so prominente Abwehr. Also was Titi sagt, glaube ich auch, sie werden sich natürlich, die werden die Meisterschaft nicht abschenken, aber sie werden sich natürlich in erster Linie auf die Champions League. Also wenn Samstag ein Bundesliga-Spiel ist, würde ich mal sagen, und ein ganz, ganz wichtiges Spiel, und braucht dringend drei, vier Tage Pause, damit er Sonntags oder Mittwochs fit ist, dann wird man den vermutlich in der Konstellation raus in der Mitte dann in der Champions League. Das sind jetzt so einzelne Dinge. Da kann man jetzt Fruchtel setzen. Also für mich ist die Meisterschaft noch offen, weil ich in die Brandeskind bin, weil ich schon vieles in der Frage erlebt habe. Deswegen bin ich da noch vorsichtiger. Aber natürlich, was Titi gerade sagte, werden die Münchner sich bei zehn Punkten Rückstand, wo Cabro sich ja keine Gedanken mit dem Mann sind sie raus, werden sie sich natürlich schwerpunktmäßig auf die Champions League konzentrieren, fokussieren, auch das ganze Umfeld. Und wie gesagt, wir können davon ausgehen, wir haben ja alle anderen Favoriten auch spielen gesehen. Madrid hätte ja auch nicht einfach da jetzt sauber, dann waren die alle weg. Also die können da auf Aurenhöhe ganz klar mitspielen bei den Menschen. Voll die Chance, dann wird das quäntchen Glück. Für mich ist Manchester City immer noch so ein Ticken zu stark. Beim Rest würde ich auch sagen, ist mal Konkurrenzweg Paris, Real Madrid. Also mal schauen, was da so möglich ist für den FC Bayern. Dazu auf jeden Fall jetzt ein paar klare Aussagen. Das ist auch schon mal schön. Und jetzt rutschen wir mal kurz so ein Stück weit runter. Nicht in der Tabelle an sich, sondern in der Liga. Aufstiegskampf in Liga 2. Wer macht am Ende das Rennen? Kölle, leg ruhig vor. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich da jetzt nicht als wichtig, aber irgendwo in meiner Bewertung sehr, sehr, sehr gut. Ich habe so am Anfang der 2. Liga Saison, ich lebe ja jetzt im Saarland und es gibt einen kleinen Ort, Elfersberg, ein ganz kleines Örtchen, die auch durch Dominik Holzer, der Vater war früher auch Profi, die hat eine große Firma. Hey, Hülio, die Haurentropfen, die siehst du ja auch bei Bayern München und der Bande stehen. Und die machen das ausgezeichnet. Ich fahre in Elfersberg, fahre ich mal hin, das lecker esse, Sterne koche so ein bisschen. Oder der Kaiserländer. Das Fußball, ja. Und da sehe ich da an einem Freitagabend, glaube ich, oder, die St. Pauliana. Da habe ich mir die angesehen, wie die gespielt haben. Und schon da habe ich dem Roger, dem Ocke, dem Präsidenten, nach dem Spiel gesagt, hör mal, ich muss schon bezahlen. Schon in der Halbzeit. Ich habe in meiner langen Laufbahn viele Spiele gesehen, aber in der zweiten Liga noch nicht so eine Zweitligamannschaft gesehen, die so modern, schnell, flexibel Systeme, defensiv, offensiv umschalten. Also ich saß da und habe den Goldschirm, ich musste ganz langsam, ich habe da nie so eine Zweitligamannschaft in meiner ganz langen Laufbahn gesehen, wie die in Elfersberg gespielt. Da habe ich mir gesagt, wenn ihr das kompensieren könnt, unter einem jungen Trainer. Und der war ja beim DFB auch Co-Trainer von Christian Werns, der ja bei uns lange gespielt hat. Der hat jetzt junger Spieler geholt. Und das ist ein absolutes Talent. Und jetzt der Tabellenstand, der Punktevorsprung. Die sind selbstsicher. Also ich bin der Meinung, dass die mit Sicherheit aufstellen werden. Das andere ist dann etwas auch von der Laufbahn. Ja, Schneckenrennen momentan. Bitte? Die wollen alle nicht so richtig. Schneckenrennen. Kiel immer mal wieder mit Patzern. Ja. Hamburg, zwei Niederlagen hintereinander. Von hinten kommt jetzt Düsseldorf, die sind aber auch nicht konstant. Ich muss dir mal vorstellen, wenn du in Hamburg sitzt, kannst du mit dem Fahrrad nach Kiel fahren und wenn du zu Fuß gehst, und die spielen beide die erste Geige mit. Die haben heute HSV aus Dritter. Die sind natürlich in der Verlosung auch mit drin, das muss man sagen. Das wird noch, wie sagt man, ein schönes, heißes Tänzchen. Ich hab die mal, ich wüsste jetzt nicht alle, Nürnberg, Schadhofer, Wieserreise, die da dann dahinter liegen. Da ist nicht Schalke dabei übrigens. Die haben insgesamt 20 deutsche Meistertitel. Von der Tradition. Ja. Alle, die haben Platz, drei da runterrutschen. Hast du das immer irgendwo, das möchte ich jetzt schon nochmal wissen. 20 deutsche Meistertitel, weil das ist eine schöne Info. Ich glaube, du hast auch irgendwo notiert. Hamburg ist das, Fortuna Düsseldorf. Ich stelle die, du schreibst die weg, dann hast du die. Ja. Dann kannst du sofort die schreiben. Weil da muss man sich mal überlegen, was da für eine Qualität in der zweiten Bundesliga ist. Ich meine, man weiß das ja, man kennt ja die Traditionsvereine, aber das ist so ein Fakt. Wirklich für Fußball. Auch aus der Frage des Managements und so. Ja, natürlich. Man muss sich überlegen. Günter Jauch, halbe Million Euro Frage. Ich habe ihn aufgeschrieben. Ja. Also das geht los mit HSV, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96, selbst Kräuter führt, war früher dreimal deutsche Meister. Nürnberg mit sehr, sehr vielen Titeln. Da kommst du auf glatt, 20 deutsche Meisterschaft. Irre. Das ist eine Hausnummer, ne? Platz 3 davor. Genau. Also das ist schon auch eine Hausnummer. Ja. Und der hat nicht nur jetzt mit Tradition. Natürlich ist es auch Kräuter führt. Die haben in den frühen Jahren mal, dreimal die deutsche Meisterschaft gespielt. Muss man auch berücksichtigen. Trotzdem, 20 Archtiteln stehen die für gerade. Didi, deine Prognose. Ich habe jetzt die Tabelle ja auch nochmal aufgerufen. Also St. Pauli brauchen wir nicht überreden, glaube ich. Dann auf der 2 Kiel 46 Zähler. Hamburg 5 Punkte dahinter auf der 3. Dann kommt Düsseldorf. Die haben jetzt im direkten Vergleich gegen Hamburg gewonnen mit 2-0. Die stehen mit 40 Punkten auf der 4. Dann noch im Verfolgerfeld Hannover und Paderborn führt auch noch mit dabei. Ein paar Abstriche muss man machen. Dann kommt auch noch Nürnberg dazu. Es ist ein super enges Rennen. Wir legen uns ja immer gerne mal wieder fest. Aber weil immer so viel Rotation auch ist, von Spieltag zu Spieltag. Jetzt auch mal so dein kurzer Zwischenstand. Wer wird es am Ende machen? Ja, es ist wirklich schwierig. Aber schwierig ist für mich an und für sich nur Platz 3. Vorne muss ich ganz ehrlich sagen, St. Pauli muss ich dir vollkommen beipflichten. Ich habe die auch jetzt ein paar Mal spielen sehen. Zweimal haben sie nicht so gut gespielt. Das war gegen Fortuna Düsseldorf im Pokal. Und auf Schalke. Da du ja gerade so eine kleine Spitze losgelassen hast. Ich habe das schon mitbekommen. Schalke nicht dabei. Ich bin ein großer Schalke. Dann sind wir beide dann, Kalle. Braucht ihr noch ein paar Punkte, um drin zu bleiben. Ja, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Aber wer macht denn jetzt den zweiten? Den zweiten hat Kiel. Ja. Weißt du warum? Bist du sicher? Kiel hat schon fünf Spiele verloren in der Rückrunde und ist trotzdem noch auf Platz 2. Mit fünf Punkten Vorsprung. Und musst du dir mal vorstellen. Obwohl die fünf Spiele verloren haben. Die haben die ersten drei Spiele alle verloren gehabt in der Rückrunde. Und der HSV, da ist unser Baumgart-Effekt, Kollege Baumgart, ist schon vorbei. Da muss man sich richtig Sorgen machen, dass die überhaupt den dritten Platz verteidigen können. Und da gibt es ja gerade die Frage, hat der Trainer zu hohe Ansprüche oder sind die einfach noch zu sehr im alten System behaftet? Denn die haben ja unter dem Trainer Walter vorher jahrelang ein und dasselbe System gespielt. Der Baumgart will jetzt ein anderes haben. Die Frage ist, inwiefern kriegen die das noch nicht in die Köpfe? Dauert das einfach vielleicht noch ein paar Wochen, bis es dann Klick macht? Das ist halt die große Frage. Ich glaube, wenn so ein Trainer wie Baumgart kommt, der hat seine eigenen Vorstellungen. Wie du schon sagst, die sind festgewachsen in ihrem System. Die müssen sich jetzt umstellen. Baumgart verlangt auch viel. Ganz klar. Er ist sehr emotional. Ich glaube, da wird es auch immer richtig zur Sache gehen beim Training. Und noch scheinen die Spieler das nicht so gut verinnerlicht zu haben. Und umsetzen zu können, vor allen Dingen, was der Trainer von ihnen verlangt. Und das ist für die Mannschaft schlecht, für den Verein schlecht, für die Stadt. Aber auch für Baumgart nicht gut. Ja, aber da muss ich mal sehen. Die haben den ja ausgesucht. Die wissen, was Baumgart für Stärken hat. Jeder Trainer, auch jeder Spitzenstrainer hat, was schwer zu finden. Wie wir die auch alle haben. Wir sind ja nicht, nobody is perfect. Aber dass die jetzt sagen, die haben ja auch vorher gut gespielt, waren oben dabei. Das klang alles sehr gut. Nur sie sind nie aufgestimmt. Auch leider Gottes für den ASV, für so großen Verein, für so eine große Stadt, für so ein Stadion. Wir sind nie aufgestimmt. Das wollen wir in Relegation spielen. Dass dann die Vereinsführung, man sagt, jetzt wollen wir mal was anderes probieren. Wir nehmen mal ein kleines, sympathisches Eko-Paket, der mal auf die geht. Das ist ja von der Denkweise auch gar nicht falsch. Und im Moment sind sie ja noch dritte. Da könnte ja ein ganz tolles Spielmoment entstehen. Hamburg gegen Köln. Hamburg gegen Köln. Hamburg gegen Köln. Gegen den Ex-Klub. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, die Offiziellen vom HSV haben einen Fehler gemacht. Wenn sie Baumgart holen, hätten sie ihn in der Winterpause holen sollen. Weil dann wäre die Zeit gewesen, sechs Wochen lang eine Vorbereitung zu machen, um den Spielern das System noch mehr zu verinnerlichen, in die Köpfe reinzukriegen. Und da haben die einen Fehler gemacht. Es war ja schon die Diskussion da. Ja, ich glaube, du hast ja, an deinem Ausland gibt es ja auch nichts zu deuten, nichts zu rütteln. Ich kann mir das nur so erklären, dass die ja auch immer wieder gute Spiele gemacht haben, dass die in der Winterpause an den Trainer, der ein guter Trainer ist, der auch gute Spiele mit dem HSV gemacht hat. Die Tatsache, dass du praktisch immer in der Relegation dabei warst. Ob das jetzt, das ist ja jetzt Berlin oder Stuttgart, das spielt ja keine Rolle. Sie waren ja immer ganz nah da oben dabei, dass man dann als Vereinsführung die Hoffnung hat, der kriegt das hin. Der ist ja oben bei den ersten drei, sehr konzentriert, sehr sicher immer dabei. Und jetzt hat man vielleicht dann im Winter nochmal gesagt, komm, jetzt rückrunde läuft nochmal. Ja, nachher bist du immer schlauer. Das muss man auch sehen. Und was du sagst, natürlich wäre so ein Wechsel, wenn er dann stattfindet in der Winterpause, besser gewesen. Aber ich würde jetzt nicht dir dagegen halten, sondern sagen, ich kann jetzt nicht in die Köpfe von allen Hamburger HSV verantwortlichen. Ich kenne den natürlich, der ist ja bei uns groß geworden. Dass die dann einfach noch gesagt haben, wir wollen dem Trainer nochmal Vertrauen aussprechen. Ist ja auch gut, ist ja auch richtig. Wir haben von dem eine gute Meinung, das ist ja auch nicht schlecht. Und dann gehst du auf die Schlussphase ein und sagst, Mensch, läuft wieder nicht. Läuft wieder die falsche Richtung und dann versuchst du das mit Gewalt in einen anderen Kurs zu bringen. Und dann bringt die Schwierigkeiten mit sich, die die gerade gesagt hat. Wo landet denn der Hausfrau am Saisonende? Ich würde mal sagen, Dritter werden sie werden. Was sagst du? Ja, ich habe da drei Favoriten für Platz drei. Das ist… Ja, das muss ich festlegen. Ja, ich muss mich festlegen. Ja, das ist ja ein Tacheles-Podcast. Ja, Tacheles, dann sage ich ganz einfach, weil ihr die nicht auf Verliste habt, Hannover 96. Okay. Sehr gut. Die spielen auch ganz gut. Naja, jetzt nur ein Unentschieden… Fortuna ist so wankelhaft. Die spielen nicht so konstant. Stimmt. Wir haben Pokalspiel im Kopf, Frieden Leverkusen. Wir wechseln das Thema und kommen auf Schalke. Du bist Schalke-Fan, sagtest du gerade. Unter anderem. Du hast ja ein großes Herz für viele Klubs. Warum? Von klein an. Ja. Das war ja so. Schalke war der Verein, der Arbeiter, der coole Arbeiter. Ob im Pott, wo die mit dem Förderband runtergehen. Mein Vater oder ich, wo wir große Fahnen, wurde auch Kohle abgebaut. Wir diskutieren über Energie. Wir haben zu wenig. Und nach dem verlorenen Weltkrieg war Energie die ganz wichtige Basis für das Wirtschaftswunder. Und dafür musste die Kohle abgebaut werden. Immer im Ruhrgebiet, mit dem Korb unter. Aber jetzt Unangenehmer. Bei uns im Rheinland, hier in der Ecke, waren diese großen 300 Meter Schaufel. Man nannte das den offenen Tagebau. Der war für die Mitarbeiter vielleicht ein bisschen angenehmer. Auch eine Vergnügungsschaufel war, als mit dem Korb unter Erde zu gehen. Und mein Stiefvater, mein Vater war schon tot. Der war, die waren alle Schalke-Fan, die ganzen Grubenarbeiter. Und ich war ein ganz Verrückter. Ich kenne die 58er Mannschaft, die dann deutscher Meister wurde. Ich bin übrigens in der HSV. Und die Bundesliga gegründet wurde. Und ich sagte, oh, die Schalke haben einen guten Trick gemacht. Da hieß es, ich weiß nicht mehr genau, darf ein Spiel nicht mehr wie 50.000 kosten. Ablösesumme. Und das war das Lizenzgesetz. Und da stand plötzlich in der Zeitung, Schalke 04 hat den Herrmann, guter Mittelfeldspieler, Nationalspieler, so in zweiter Reihe, vom KSC verpflichtet. Ja, wie ging der dann? Ja, da hatten die noch so die Nummer 25 mit verpflichtet. Und die wurden dann beide mit 90.000 gekauft. Da habe ich gesagt, ja, das war zwar eine Umkehrung des Tatbestands, aber du kannst ja den Verein nicht sagen. Ich hatte den 50, ich war für den 40. Wusste zwar sicherlich jeder, dass das nicht sauber war. Ich war so, ja, happy, dass die Schalke das gemacht hat. Und ich kenne die alle. Das wird ganz früher mit der Zesse getrunken. Und dann auch Hans Nowak, und dann auch später großer Mann in der Sportartikelbranche, auch Nationalspieler, oder Berne Klot, oder wie alle, wie die heißen, Kuslowski. Der Schwarte war gut, mit Metaol rauszuholen. Also ich kenne die ganze Mannschaft aus. Und ich bin auch sehr, sehr zufrieden. Ich hatte auch mal ein Angebot von Schalke. Ich war auch da, als Eisbach. Ich hatte auch, ich war in Leverkusen. Ich hatte das Glück, dass ich so viele Jahre in Leverkusen war. Meine drei Lieblingsvereine haben auch alle auf, hier FC. Da war ich dann abends, ich trinke ja, wenn ich dann drei, vier Flaschen Wein, heute trinke ich in Glässe, früher gar nicht. Da war ich granatenvoll, um das überhaupt noch zu überstehen. Und war dann wiederhol voll in Leverkusen. Dann war es Berlin, die hatten wir immer in Berlin. Ich hatte immer einen Koffer überliegen mit Juho und die Mauer. Aber ich habe das eben erzählt. Da war damals schon Bertelsmann im Hintergrund mit Agenturen. Ich will jetzt gar nicht so weiter sagen. Da wurde Schalke, Köln. Und ich bin dann froh, dass die Leverkusen geblieben sind. Aber ich bin voll mit vollem Herz Schalke. Und ich hoffe sehr, dass die Leute, die den Verein führen, etwas vernünftiger werden. Und auch verdienstvolle Leute, die vielleicht auch noch Geld zahlen oder ein Netzwerk haben. Ohne Moos nichts los. Das gilt auch in Schalke so. Da darf man nicht vergessen. Man hat ein tolles Stadion. Was dann auch sehr gefühlt ist von den Zuschauern. Was wirklich ein Mekka ist. Dass der Herr, die damals gebaut haben, da hieß es, dass das ist. Und wir hatten eine ganz schöne Geschichte da. Wo wir damals Rudi Assau erlebten. Und Monti war Kommissar der EU. Ein Italiener. Und er wollte die Ablösesungen ganz abschaffen. Das wäre, wie sagt man mal, italienfreundlich gewesen. Da gab es ein Gespräch. Da muss ich noch vom... Rudi, der hat mir immer auch... Auch der Schröder hat mir gesagt, ich darf das immer mal erzählen. Dann hatten wir da eine Sitzung. Schröder war gerade Bundeskanzler in Berlin. Uli Hoeneß war da. Meier-Vorfelder. Körner ins Rummenigge. Ich bin für mich schon. Meier war noch da. Und Rudi Assau. Ging gerade da los. Und er sagt... Sag ich dem Herr Monti. Herr Monti, sind Sie eigentlich verwandt mit dem Angelli? So haben wir angefangen. Der wie? Meinen Sie den Präsidenten hier? Nein! Sag ich, sind Sie mit Sense. Die hatten uns gerade als Präsidenten von Rom. Ach dann sicher mit dem Berlusconi oder dem Moratti. Das waren die zwei. Wieso kommen Sie darauf? Sag ich. Ich werde Ihre Erziehung hier vorschauen. Kommt alle Ihren Landslern, die auch alle wie Monti mit dir eh enden. Also das war dann so abends ein bisschen spitz. Aber dann waren wir uns der Schröder und auch der langjährige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Damals auch Arbeitsminister. Und da haben die gesagt, ja, ich lese Klement übrigens. Dann hat er natürlich noch Ischer Wasser getrunken. Rudi hat natürlich auch ein paar von den Gefärbten damit reingenommen. Und dann hat er also noch Zigarre geraucht. Und Rudi war ja bei Davidov Glöwisch. Deswegen hat Davidov Glöwisch geraucht. Und der Schröder hat die... Die kubanischen... Die kubanischen... Nein, nein, die teuerste Welt. Aha. Aus Kuba. Ja, ja, genau. Richtig. Die kubanischen Zigarren. Ja. Eine Kuhiba. Richtig. Du siehst den Genzius. Ja, ja. Er hat eine Kuhiba. Da haben wir dann nachher auch ein bisschen gefeiert. In dem kleinen Kreis. Und dann sagt der... War ja Rudi, der hatte ja dann auch Dank. Er sagt, ich kann die roten Socken eigentlich von euch nicht leiten. Nur dich, Schröder und Klement, der mir damals auch die Bürgschaft für die Schalke Arena. Und die kann ich super leiten. Und ging das so ein bisschen hin und her. Und dann hat der Schröder nachher gesagt, Mensch Rudi, rauch doch mal von mir eine Kuhiba. Das ist die beste Zigarre. Nein, meine ist besser. Noch hin und her. Sagt der Nord, rauch eine Kuhiba. Rudi hat doch schon ein paar getrunken. Und sagte zum Bundeskanzler, Nein, weißt du warum ich die nicht rauche? Ich habe Angst, dass ich danach genauso lesbele wie du. Als er aber gestorben ist und die Bild-Zeitung einen Artikel darüber macht, mit schönen Geschichten, habe ich ihn Schröder noch angerufen und sagte, das war eine Geschichte, die ich immer gerne gehört habe, wenn ich auch wieder krank war. Sag ich, können Sie damit leben? Wenn ich das sage, ich wollte das nicht zu Wort, wo ich in einem kleinen Raum war, wo sieben, acht Leute dabei waren, weil ihm war das viel wert, der das auch erzählt. Und dann hat er schon gesagt, nein, haue draus. Das war auch Schalke. Ja, das war auch Schalke. Mit Herz und Seele. Ja, mit Herz und Seele. Und mit Herz und Seele wurde zum Teil am Wochenende auch Fußball gespielt. Du warst da in der Premium-Loge, hast auch die Gäste dort mit deiner Expertise rund ums Spiel begleitet. Wie hast du es gesehen? Das 3 zu 3 zu Hause gegen Paderborn. Erstmal, Kalli, da wärst du ja beinahe mein Manager früher geworden als Eichwächter. Aber das wäre ja was gewesen. Hätte ich ja noch einen geilen Vertrag unterschrieben. Jetzt ist es schön Dr. 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 Das wäre es ja gewesen. Ja, wie habe ich das Spiel am Wochenende gesehen? Wir haben ja mit der gleichen Mannschaft begonnen, die eine Woche vorher St. Pauli geschlagen hat. Wir kamen am Anfang nicht so richtig ins Spiel. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert. Und dann sind wir in Führung gegangen durch den Handelfmeter. Ja, und dann machten wir nach der Halbzeit schnell das 2 zu 0. Und ich hatte vorher gesagt, wenn wir schnell das 2 zu 0 machen, dann werden wir das Ding nach Hause fahren. Und wir machten das 2 zu 0. Aber danach haben wir das Fußballspielen eingestellt. Dann hat der Trainer einige Umstellungen vorgenommen, die ich nicht so ganz verstanden habe und die auch dem Spiel nicht gut getan haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, nachher wurde nur noch Fußball gespielt vom Gegner. Die haben richtig gut gespielt, haben die Kugel laufen lassen, machten dann 2 zu 1, 2 zu 2 und dann 3 zu 2. So ein Gegentor hast du noch nie gesehen. Unsere Abwehrspieler sind weggegangen vom Offensiven. Der drehte sich und machte das Tor. Ja, und dann stand es 3 zu 2. Und der Einzige, der wirklich nach seiner Einwechslung überzeugt hat, war Keke Topp. Der machte dann das 3 zu 3 durch eine feine Einzelleistung. Ja, war der Jubel natürlich groß. Und da sind wir auch, was du gesagt hast, Schalke 04. Das ist so, das sind die Fans. Und die Fans haben auch in den letzten Wochen die Spiele gewonnen. Das hat nicht die Mannschaft gewonnen, das haben die Fans gewonnen. Du hast wirklich von der ersten bis letzten Minute sind die Jungs unterstützt worden. Ein Support vom Allerfeinsten. Und man sagt ja nicht ohne Grund, Schalke 04 hat die geilsten Fans auf der Welt, wenn man das sieht, wenn man das mitbekommt. Das ist aber auch so geworden mittlerweile. Die Identifikation mit den Spielern ist nicht mehr so gegeben, weil die kommen und gehen, sind immer wieder weg. Aber die Fans lieben diesen Verein und die leben auch diesen Verein. Und das, ich sage es ja immer wieder, das muss den Spielern irgendwann mal klar gemacht werden, dass es so ist. Genauso hast du vollkommen recht, wenn du sagst, wir brauchen Geld. Und dann müssen auch der ein oder andere mal über seinen Schatten springen und auch mit den Leuten reden, die dem Verein wirklich Gutes wollen. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir auch irgendwann wieder tollen Fußball auf Schalke sehen, tolle Spiele auf Schalke sehen und auch Erfolg haben. Weil Fakt ist, genau wie beim HSV, der FC Schalke 04 gehört in die erste Bundesliga für mich. Ohne Wenn und Aber. Ja, kann ich nur noch unterschreiben. Kalli, es braucht, um einen Klub nach vorne zu bringen, dieses Dreigespann, 3xK. Was war das nochmal? Ja, Kompetenz und das Personal. Dann brauchen wir die richtigen Konzepte machen. Konzepte? Dann wurde er gerade sagte. Kapital, also Kohle. Kompetenz. Kapital. Und Konzepte. Ja, das gilt für die freie Wirtschaft. Konzepte hören natürlich auch die Spiele. Du nützt nichts, wenn du ein großes Vermarktungskonzept hast. Und ein Platz, wo die Musik gespielt wird, versorgt. Du sagst, das muss dann stimmen. Aber wir müssen einfach davon ausgehen, Fußball kostet das Geld international. Wir sind ja schon im Laufenden Jahr. Man muss ja immer gucken, wenn wir höchstens in Deutschland, wir sind mit dem führenden Wirtschaftsland in Europa, aber wir gucken dann mit dem Fernglas nach England, was da umgesetzt wird. In Spanien auch mehr. Also hier, dass Bayern München noch eine Mannschaft hat, die einen Transferwert von fast einer Milliarde hat. Gut, dann hat das nächste Leverkusen mit 500, dann Dortmund oder Leipzig mit 480. Das sind wir weit unter der Hälfte von denen, was jetzt die Spitzenvereine aus Frankreich oder Paris und Germain. Also ich sag's mir einfach, im Fernsehen, ich kriegte die Tabellennetzte aus der englischen Liga, mehr Fernsehgeld, wie der deutsche Meister. Und dann sind natürlich auch Dinge, die auch mit der Mentalität gewachsen sind, mit Trikots, mit dem internationalen Fußball. Aber wenn wir hingehen und sagen, wir wollen ja dann nicht mit dir, dann sind die alle weg. Da spielen nicht die Judespieler, spielen hier nicht der Zweit- und Drittbesetzung. Und das ist ja immer eine Frage. Ein Land, wo auch wirtschaftliche Möglichkeiten sind. Ich bin ja jetzt nicht für Saus und Braus, aber da sollte man diese Möglichkeiten auch nutzen. Für mich ist zum Beispiel ein ganzes, ich sag das jetzt mal bewusst hier, ich hab ja nichts dagegen, wenn Oklin Hannover sind, aber für mich tut das einfach weh, wenn ich jetzt so ein Kind habe, den ich über 25 Jahre kenne. Jetzt weiß ich gar nicht, was da alles richtig oder falsch macht. Ich bin ja nicht da. Jetzt spielen ja auch da oben mit. Eins ist klar. Als der Kind kam, waren die Mausen tot, hatten kein Geld für die Trikotwäsche zu machen. Hatten kein Stadion, hatten keine Nachwuchsleistung, was sie hatten und Barsch vor Schulden. Das gleiche war auf Schalke mit Eichwäsche auch. Ja. Aber diese Leute werden dann irgendwann weggejagt, wie sie den zum Schluss behandelt haben. Ganz schlimm. Wenn du jetzt wärst, bei Schalke, da muss ich ja nicht sagen, ich muss mich mit jedem wunderbar verstehen, aber ein, Clemens, Dennis hat eine große Akzeptanz auch in der gesamten Fußballszene, in Deutschland und international. Ob der dann immer alles richtig macht. Also in den Entscheidungen, wer spielt links außen? Wer spielt im Tor? Wer spielt in der Spitzel? Wer spielt in der Spitzel? Wer ist so? Das hätte vorher auch nicht der Clemens entschieden. Das sind dann die Leute, Trainer, Manager, die verpflichtet werden. Richtig. Jetzt bin ich ja als Moderator immer so ein bisschen angehalten, dann auf die Zeit zu gucken. Da gehen wir dem Ende stramm zu. Und ich würde gerne den Podcast beschließen mit einem Schlussstatement von dir, Kalli, zur kommenden EM. Denn du bist EM-Botschafter. Wir befinden uns im EM-Jahr noch drei Monate. Dann rollt hier der Ball in Köln und in den anderen großen Städten in Deutschland. Inwiefern, sagst du, dürfen wir uns alle auf eine tolle EM hier zu Hause in Deutschland freuen? Ja, wir dürfen uns wirklich freuen, weil wir die Punkt 1 so gut blüßen. Kaum ein anderes Land. Das heißt, die Organisation, die Finanzierung, die ganzen Abläufe wird das eine. Da sind wir perfekt drin. Da kann uns keiner weltweit was vormachen. Da hat Deutschland so viele Fachleute und ist auch dann bereit. Auch, guck dir heute, die Stadion-Infrastruktur, die hängt alle noch mit 2,6 zusammen. Oder im großen Maße Schalke. Die hatten zwei Jahre vorher schon die Eröffnung bei dem Champions-League-Spiel damals. Ich glaube, Monaco gegen Porto. Porto, ja. Aber alle anderen Vereine. Aber auch mit Hinblick auf diese Weltmeisterschaft. Da ist Deutschland wirklich führend drin. Die werden die Infrastruktur auf die Beine stellen. Alles wird hier top sein. Die Gäste, die Nationalmannschaft und auch die anderen Gäste, die jetzt zum Spiel kommen, werden begeistert. Und ich war ja auch 2006 WM-Gefeldführer. Habt das also aus der Fanszene. Das, was uns fehlt und was uns auch richtig Freude machen würde, ist, dass wir auch mit unserer Mannschaft, mit unseren Möglichkeiten in der Gruppe auch den Turnabout schaffen. Das heißt, damit wir wieder gut sind, werden wir uns auch unter die ersten zwei qualifizieren. und das muss ja in dem Feld, was wir haben, auch machbar sein. Ohne jetzt, die Schweiz spielt Türkei oder Fußball. Auch Schottland, das ist alles keine Laufkundschaft. Wir haben auch die... Ungarn. Bitte? Ungarn. Ungarn, so. Wenn man das sieht, wir sind UMI fertig, auch zuletzt, aber es ist eine machbare Lösung. Ich könnte jetzt nicht schon mal sagen, ach, wie ist die Gruppe schwer. Es ist alles schwer. Es gibt gar nicht mehr so die letzten kleinen Ideen, vom herauswischen mit einem Klatsch. Aber wenn man die Stärken der Mannschaften, des Personals, auch der Wirtschaft und alles berücksichtigt, müsste es möglich sein, dass wir die K.O.-Runde erreichen. Dann kriegen wir nochmal einen zusätzlichen Zug in die ganze Sache. Und da hoffe ich drauf und da drücke ich mit Nomen Haraldsmann, Rudi Völler oder der Nationalspieler, unsere ganzen Fußballnationen und alle unsere Menschen, die sich dann daran erfreuen, alle Daumen und dicken Zehen führen. So wird es Sinn. So. Ja. Ganz lieben Dank für eine kurzweilige Stunde. War nur eine. Aber ja, man hätte auch zwei, drei draus machen können. Ich habe mir ganz viele Fragen verkniffen, weil mir brannte noch so viel auf der Seele. Aber vielleicht müssen wir dich nochmal irgendwann einladen und wenn du da irgendwie Zeitenlust hast, komm gerne dazu. Das sagt aber auch eine ganz Fiese. Bitte? Hast du nur eine Fiese oder willst du das nicht? Ne, ne, das werden alles noch Themen. Da habe ich gedacht, ja, wenn du das jetzt auch noch bringst. Genau. Die Fiesen heben uns für das nächste Mal auf. Ganz lieben Dank, Rainer Kallmund. Ja. Nur das Beste wünschen wir dir vom Premium Talk. Jetzt auch für die anstehenden Dreharbeiten bei Gredin Henssler, für die EM, für alles was kommt. Feier die Meisterschaft mit Leverkusen im Sommer. Ich fand auch gut deine Gespräche. Da muss ich sagen, die hat man nicht versucht, um am Tisch jeden Bein zu treten. Hat er nicht? Ich habe nicht aufgepasst. So als alter Treter. Also muss ich auch sagen, das ist auch real sportlich. Ferien. Sehr gut. Schön, Kalli. Mach mal weiter so. Okay. Dann alles Gute. Vielen Dank fürs mit dabei sein, fürs Zusehen, fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Glück auf. bis zum nächsten Mal. Und Paar von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.